Hallo, hallo, hallo. Ein neuer Sportvlog vom Joggen. Ich werde mich gleich nach oben drohen. Heute machen wir einen schnellen Gang. 50 Minuten Jogging. Gut 8 Kilometer. Dann reicht es. Ich will nur mal schnell gehen. Ich habe heute Abend noch was vor. Bevor ich losziehe, mache ich mich noch mal schnell fit. Hört es so leicht an. Also 50 Minuten Joggen. Ich habe jetzt gleich schon 2 Kilometer hinter mir. Der Rest kommt. 8 ist heute gesetzt. Ich bin ratzifatzi bei 4 Kilometern und gleich da. Der Rest ist ja Pille-Palle. Ich mache es heute relativ schnell. Ich muss weg. Ich muss weg und ich muss Sport machen. Heißt Sport ein bisschen weniger als sonst. Aber das macht nichts. Hauptsache ein bisschen was getan. 8 Kilometer. Bin ich gleich da. Das war heute mein schneller Sport. Jogging. Einfach so das Feld. 8 Kilometer. Ich bin wieder da. Jetzt mache ich mich unter die Dusche und dann ab dafür. Cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Der wird bestimmt länger. Alles klar. Hallo. Das war jetzt. Ich bin wieder. Ich bin wieder da. Schmuck. bit monastery. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Vielen Dank.